Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde League of Legends und zwar vom Anfänger bis zum Profi. Denn ich bin ein absoluter Anfänger in diesem Spiel. Ich spiele League of Legends jetzt seit zwei Monaten. Einen Monat erst aktiv, jeden Tag mal ein, zwei Runden und beschäftige mich auch jetzt erst mit Guides und Tutorials und werde von Hellout1986 und von Demi alias Blocky schon ganz schön, sagen wir mal, in die tieferen Geheimnisse von League of Legends eingeführt. Allerdings, ja, es ist ein schwerer Weg zum Level 30. Ich bin jetzt gerade Level 12, bin schon ganz stolz auf mich, dass ich so teilweise das Spielprinzip verstanden habe und die einzelnen Chars spielt, die ich schon ausprobiert habe. Ich spiele jetzt mit Yana, wurde zwar heute gerade genervt, aber ist immer noch ein super Chars und wird wahrscheinlich auch mein Main sein, neben Rengar. Ja, es sind nicht die Anfänger-Chars, die ich da gerade benutze und nein, junglen sollte man eigentlich als Anfänger auch nicht. Aber ich finde, man bekommt durch das Junglen eine ganz gute Übersicht über das Spiel und über das, was so geschieht und lernt dadurch eine ganze Menge. Und wenn ihr Anfänger-Spiel nicht ertragen könnt, also Anfänger-Gameplay, dann guckt es euch nicht an. Wenn ihr selber mit League of Legends anfangen wollt, kein Problem, League of Legends ist kostenlos. Einen Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Das ist mein Wirb-ein-Freund-Link. Wollte ich nur mal nebenbei erwähnt haben. Wir haben unsere eigene Facebook-Community, die kleine Liga der Legenden. Das ist unsere eigene Facebook-Community. Die ist besonders für Anfänger auch gedacht, allerdings auch für Profis, die halt mal nette Leute suchen, mit denen man spielen kann und nicht immer tot geflamed werden wollen. Da könnt ihr euch echt euer eigenes Team zusammensuchen, neue Freunde finden. Das ist echt super geworden, unsere eigene deutsche League of Legends-Community. Wir haben da auch ein Team-Speak-3-Server und ich mache ab und zu mal Low-Level-Livestreams, also für Anfänger, wo dann halt ein paar Level-30er dabei sind, die helfen. Und ansonsten könnt ihr bei Hellout 1986 immer gucken, wie die Profi-Liga denn so spielt. Und während ich hier quatsche, rennt Diana hier schon schreiend im Kreis. Ich sollte mich mal aufs Spiel konzentrieren. Ich warte jetzt erstmal hier, wer hier wohl mit wem lang geht. Und gehe jetzt, bevor ich mich an die Hundis wage, erstmal ein paar Last-Hits machen. Ich denke, da werden meine Bot-Kollegen keine Probleme mit haben. Man spielt ja Diana sonst auch gerne auf der Mittellinie. Wo kommt der denn da hin? Haust du bloß ab, du? Ich bin zufällig in Ruhe. Ach, jetzt hat er die kleinen Minions getankt. Na gut, dann kümmere ich mich hier drum. Mein Last-Hit. Haust du ab? Wegen dir habe ich das in Last-Hit nicht gekriegt. Da, kriegst du ein Bällchen drauf. Komm nicht ran. Au. Aua, ja, ich gehe ja schon. Ist ja gut. Au, au, au. Oh, das macht ganz schön Schaden. Ja, Lebensregeneration ist aber immer noch so von Haus aus ziemlich gut, finde ich. Es gibt eigentlich keinen Grund, warum wir erstens hier so pushen in der Mittellinie. Na ja, dann hol dir das halt. Dann mach du. Mach du doch. Mach du doch, ist mir doch egal. Ich gehe dann bei den... Die Geister sind zu stark. Hunde. Ich gucke mal, ob ich die Hunde hinkriege. Ich glaube nicht. Eigentlich geht das erst, wenn ich meine W-Option habe. Dann laufe ich mal wieder da hoch. Kannst du mal aufhören, den zu pushen? Kannst du mal warten, bis die Minions hier nach unten kommen? Danke. Kümmer du dich um den Nasus-Bot. Wenn du meinst, dass du das machen willst. Ich kümmere mich um die kleinen Knupsis. Ich möchte aber nicht von denen gehittet werden. Was mache ich dann eigentlich an Schaden? Och, das konnte ich mal so schlecht. Dafür, dass ich hier nur dran pauken kann. So, dann hauen wir mal hier voll drauf. Bam, 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 bam. Da kommt der ja schon wieder. Hau ab, du. Haust du ab, du. Na, das hast du ja toll hingekriegt. Du hast dich in den Turm geworfen, kleines GroKo. Der andere haut jetzt bestimmt ab. Geht erst mal back, weil er Angst hat. Ist ja auch so recht, ne? Und ich gehe jetzt mal hier an den Turm, solange ich noch kann. Wenn wir schon die Möglichkeit haben. Moonfall ist so toll. Den Gegner einfach ranziehen. Ich frage mich, wie weit sie da irgendwas reduziert haben. Mal abhauen, 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 abhauen. Lauf doch, zue ich die Minions durch und nicht dagegen, Kind. So, da ist ja unser GroKo schon wieder. Ich gehe auch mal weg. Kann mir jetzt zwar meinen Philosopher-Stone noch nicht leisten. Aber in den Recall darf ich ja schon mal trotzdem rein. War das nicht auch irgendwie so mit dem... Ich vergesse mal, wo der ganze Kram ist. Halt, Moment, das war bei Defense. Heath Regeneration. Aha. Sekunde, gleich haben wir es, gleich haben wir es. Und, bam. Eins meiner Lieblings-Items. Kann Diana, glaube ich, jetzt in ihrem aktuellen Zustand ganz gut vertragen. Wie sieht es hier aus? Kann ich irgendwo... Uh, die ist abgehauen. Ja, tut mir leid. Konnte ich nicht rechtzeitig hin. Die beiden geben sich hier nicht viel. Diana lauft jetzt weiter. Das kann doch nicht wahr sein. Bleibt ihr da einfach stehen, die Dame. Dann gucke ich mal, ob ich da... Vielleicht hier hin. Ich sollte vielleicht hier hin. Ich komme, ich komme, ich helfe, ich helfe. Halt ihn doch mal auf, Mann. Ach ja. Wenn er abhauen will, ranzerren. Bring mir jetzt nicht viel, weil er nicht nah dran genug ist. Hätte ich später machen müssen. Aber da er hier nicht sonderlich... Au, 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 au. Ich nehme ganz schön einen Schaden. Ja, Diana haben sie doch schon ein bisschen schwächer gemacht. Wobei ich trage auch heute ausnahmsweise nicht das, was ich sonst immer mit mir herumschleppe. Ähm... Ich glaube, das tue ich als nächstes. Das hier tue ich als nächstes hochleveln. Ich schleppe sonst gerne mit mir Stoffrüstung herum als erstes. Weil Diana doch gerade ganz schön an den Hunden vor allen Dingen auch Schaden nimmt. Aber ich hoffe mal, die Lebensregeneration wird das jetzt hier ordentlich hauen. Manni, wie geht's denn so? Between Cooler Stream gestern. Ja, gestern haben wir gestreamt. Ihr könnt auf meinem Twitch-Kanal auch nachträglich meinen LOL-Stream angucken. Wir haben ein bisschen genoopt. Ja, das muss ich schon sagen. Also da waren unter den Anfängern doch Leute dabei, die waren keine Anfänger. Das ist immer ein bisschen traurig. Geh doch nochmal weg, Mann. Geh doch nochmal weg da. Da kommt das ganze Tower. Ach, Mann. Da kann ich gar nicht hingucken. Nein, du Blöd. Kann ich nicht. Kein Mana mehr. Okay, hab nicht aufgepasst. Mein Last Hits. Du brauchst keine Last Hits. Gib mir die Last Hits. Ich kann auch nicht junglen, weil ihr mir nicht helfen wollt. Würdet ihr mir helfen wollen? Ich kann nicht junglen. Aber ihr helft mir ja nicht. Letztes Kügelchen trifft ihr nicht. Okay. Dann gehe ich mal wieder back. Honey geht ständig back. Ja, ich weiß. Auf in den Recall. Ich bin im Recall. Deadlift Jesus wird so stolz auf mich sein. Und wusch. Wie sieht es denn hier aus? Ja, dann geben sie es dir mal her. Dann wenn ich jetzt... Lass mich los. Mana, 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 mana. Ich will jetzt zu den Hundis. Wenn ich jetzt überhaupt mal anfangen kann zu junglen. Sonst fühle ich mich total doof. Los. Schafft es unser kleiner Fidelstick auch alleine hier unten? Oder wie sieht das aus? Miss Forge könnte man jetzt... Schön ganken von oben. Ich glaube, das mache ich auch mal. Wenn ich hier so noch rechtzeitig hinkomme. Gehen wir mal hier drüben hin. Ich glaube nicht, dass ich das noch rechtzeitig schaffe. Aber man kann alles versuchen. Alles ist möglich. Aha, jetzt hat sie Verstärkung bekommen. Dann gehe ich doch mal hier lang. Oder da oben. Von hinten. Immer von hinten anschleichen. Och, nee. Mal da. Hauen sie ab. Nee, ihr bleibt hier. Ihr bleibt aber hier. Ihr bleibt aber hier. Hier bleiben, habe ich gesagt. Oh, oh, oh. Aua, 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 aua. Au, au, nicht gut. Jetzt lauf den nochmal nach. Kannst du mich heilen? Das hat voll viel gebracht, danke. Echt fühl mich richtig gut jetzt. Naja, gut. Wir haben sie wenigstens zurückgezwungen. Ich hätte vielleicht noch ein bisschen warten sollen mit dem Teamfight, aber komm. Bei den Bots weiß man eh nie, wie die reagieren. Hauen wir die Lane mal ein bisschen raus hier. Uh, Heilung. Ich bleib bei euch. Und. Bam. Sollte meine Magena-Regeneration mal hier nicht zu überstrapazieren. Ey, hört auf, mir meine Last Hits zu klauen. Ich klaue Last Hits hier unten. Also lässt mir sie, wenn ich die schon klaue, Mann. Okay, ähm. Ich glaube, ich versuche mich zuerst an den Hexenmeistern hier. Da kann man so schön mit seinem Schild reinlaufen. Gibt ein bisschen Geld und dann gehe ich zu den Hundis. Gehe ich jetzt gleich schon mal hier so mit rein. Alle erwischen. Wundervoll. Ja, das geht. Das geht. Dann gehen wir jetzt zu den Hundis. Dann kommen wir ein bisschen Geld. Und dann können wir auch den Blue machen, wenn wir genügend Power haben. Und dann den Dragon und ganz am Ende Baron alleine. Ist klar. Zack. Die sind irgendwie schwächer geworden, die Viecher. Au. Hörst du auf, du. Au. Das tut doch weh hier. Ich könnte schwören, ich bin sonst immer gegen die abgeschmiert. Ich habe nicht mehr meine Ulti. Naja. Hauen sie rein. Hauen sie rein. Lass ihn klein. Lass ihn klein. Lass ihn ja. Jetzt den da. Jetzt den anderen klein. So ist brav. Jetzt schön den Schild benutzen. Und. Nochmal drauf. Und jetzt hier nochmal ein letzter Schlag. Ach, Gott sei Dank. Fühle ich mich schon gleich viel gesünder und besser. I will be heard. Ja. Ja, ja. Ich weiß. Wie sieht es hier aus? Kann ich da mal vorbei gescheißert kommen? Nicht da durch. Wenn man noch ein paar, wenn der schon abhaut, dann hau du doch ab. Ich kümmere mich hier so lange um die Mittellinie. Irgendjemand muss ja aufpassen. Ja. Könnt ihr irgendwo aufpassen? Was macht der da? Ich habe auch auf die Lane nicht aufgepasst. Muss ich nebenbei gestehen. Also. Habe auch nicht aufgepasst. Na, da kommen schon die anderen kleinen Viecher hier. Na, da kommt der schon wieder. Au, ich ab. Ne, ich gehe weg. Lass mich Nasus. Böser Nasus. Du bleibst aber hier. Au, 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 au. Ah, ein Lag. Geh weg. Wo auch damit? Gut, ich mache doch ganz schön Schaden. Aua, au, 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 au. Gehst du weg da? Ach Gott. Endlich wird mal was gekillt hier. Naja, wir sind im Early Game nicht so stark. Ist nicht so schlimm. Wird noch. Wird noch. Kommt noch. Bam. Da geht er down. Geh down, Mann. Äh, den Schild weiter ausbeiten. Ja, das ist wichtig. Hopps. Hopps. Und drauf. Hinderne-Mimilonga. Ich habe keine Ahnung, was sie gerade gelabert hat. Sterben sie, Mrs... Ähm, was sind sie eigentlich? Lizard Elder. Okay, Mr. Lizard Elder. Hätten sie dann die Güte, möglichst schnell zu verrecken. Ups, das war der falsche Knopf. Jetzt habe ich dummerweise meinen Flash verbraucht. Wenn schon jemand fokussend an jemanden, der lowlife ist. Ich fokuse hier gar nichts. Eigentlich geht es mir gar nicht darum, überhaupt irgendwas zu fokussen. Oh, geh weg. So, wie sieht es denn jetzt mit meinem... Wie sieht es denn jetzt mit meinem Dschungel aus? Kann ich mal bei den Gegnern in den Dschungel gehen? Hihi. Hihi. Die haben ja niemanden, der da reinläuft. Ein paar Worts hätte ich auch aufstellen können. Ja, da gibt es den noch. Das ist gut. Er dachte immer, die Honey bleibt in deinem eigenen Dschungel. Nö. 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 Sehe ich gar nicht ein. Geh weg. Stirb, du Scheißding. Tja. Was sieht es hier aus? Nasus versus Nasus. Was ist denn hier unten los? Fehlt mir aber gar nicht. Auf jeden Fall abhaut hier. Nasus versus Nasus. Die Nasen werden die Ersten sein. Huch, warum hat das jetzt aktiviert? Automatismus. Sona ist da unten schon wieder auf der Lane. Da könnte ich ja dann auch mal hinlaufen. Ich komme. Ich komme hier angescheißert. Nö, geht da nicht rein hier. Oder? Verschwindet. Verschwindet von der Lane. Oder? Auch wenn ich nichts treffe. Na, komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Und jetzt. Komm schon. Komm schon. Ah, Gott sei Dank. Das war jetzt fällig. Das war jetzt fällig. Cool. Ich habe was getötet, ohne selber zu sterben. Ja, ich bin auch Anfänger. Da freut man sich über sowas. Ich finde, Diana haben sie nicht so sehr genervt, finde ich. Also. Das Jungeln war am Anfang manchmal auch schon mal wie schlecht. Gut, ich werde natürlich auch besser mit der Zeit, aber. So. Was machen die jetzt denn da hinten? Wo, 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 wo geht ihr denn hin? Habt ihr was vor, ohne es mir zu sagen? Bereitet ihr da etwa einen Angriff vor? Dann dränge ich ihn mal zurück. Okay. Okay.